Hi YouTube, was geht ab? Wir zocken heute mal ein neues Spiel und zwar heißt das Ganze Kontraband... Kontraband Police, also Zollkontrolle. Okay, wir sind die russische Grenzpolizei. Stop border. Border kariskata. Kariskakata. Äh, kari... Zuckerblitz. Räum mal rein hier, komm mal her jetzt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Komm erst mal raus, du Wichser. Nikolos Gogi. Erst mal aus dem Auto raus. Raus mit dir. Raus, raus, raus. Raus, da ist 100% Heroin drin. 100%, ich hab so, ich hab ein Gefühl für sowas. Warte mal, hat er einen falschen Ausweis? Ja, ja, komm mal mit dir, komm mal mit dir. Verhaften direkt. Du hast eine unschuldige Person festgenommen. Scheiße, da war ich was Falschem auf der Spur. Ja, der nächste. Aha, ein Koche, hä? Ja, 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 da ist Kokain drin. Raus mit dir, raus, sofort. Sofort raus, 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 raus. Guck mal, die Musik, guck mal, die Musik, hört ihr das? Erst mal Dokumente, ey, gib mir deine Dokumente. Taner Medved. Okay, sein Ausweis ist noch gültig. 2. November 1926. Aha, Fachgebiet Schwein. Menge 2. Hat er zwei Schweine da drin? Die haben zu 100% irgendwie Heroin im Arsch stecken. Ey, wo hab ich die Schweine hingepackt? Hab ich die in meiner Hosentasche oder was? Ey, ey, immer deine Schweine wieder rein. Ja, ja, kann sich verbissen. Aber was mit deinem Schwein? Ey, nimm deine Schweine mit, Junge. Ey. Gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit. Der Nächste. Der Fahrer sollte verhaftet werden. Minus 250. Was? Ey. Der hatte Drugs. Oh mein Gott. Dokumente. Ah, das sieht mir doch. Also, das ist von vorne bis hinten gefälscht. Passen nicht zueinander. Wir machen hier erstmal hinten auf. Okay. Alles rausräumen. Alles raus. Alles. Warum hat er eine Toilette hier? Warum? Raus. 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 Namen ist falsch. Aha. Wie? Warum, Mann? Falscher Name. Krimineller festgenommen. Aha. Ach, du Wichser, Alter. Der hat doch irgendwas. Ich hab sowas. Ich hab sowas im Auge. Falsch geht, du Schwanz, hä? Was hat er hier? Schmuggelware. Kleiner Wichser. So, ich geh pennen. Wo ist meine Crackbude zum Pen? Ah. Okay, erstmal eine Pistole. Dann Pistolenmunition. Dann Schlagstock. Messer. Und noch ein bisschen mehr Munition. Einmal bitte das Tor zumachen. Bitte das Tor zumachen. Was, meine Bude? Oh, mein Gott, Bro. Darauf penn ich? Äh. Bisschen Minus gemacht. Egal, passt. 110 noch ein Plus. Hi mit dir. Los, los, los. Guck mal, das sind diejenigen, die immer Kokain dabei haben. Seht ihr den? Raus. Los. Ne, was mir hat das Problem. Seid mir deine Dokumente. Los. Hüpp her. Iktalmatevos. Okay, Name stimmt. Benzinfässer hat der dabei. 2450. Wiegt das Ganze mal? Passt. Datum. Abgelaufen. Geburtsdatum 1952. Der ist doch niemals 30. 99. Nein, 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 nein. Hier stimmt was nicht. Sofort einbuchten. Direkt verhaften. Los, rein mit dir. Rein, rein, rein mit dir. Was? Wie, der war unschuldig? Wer ist das mit dem Platten, du Wichser? Ich kündige hier. Nicht mehr lange und ich kündige. Alles gut? Was ist das? Stimmt. Pass Nummer. Kennzeichen. Pass Nummer. Stimmt. Ich glaube, wir haben es hier mit einem ehrenamtlichen Bürger zu tun. Los, setz dich wieder rein. Zieh dich. Wenn er jetzt Crystal Meth dabei hatte, ne? Oh mein Gott. Direkt die Waffe raus. Das sind Mexikaner. Lassen Sie mich in Ruhe? So, raus mit dir. In deinem Tracksuit, Alter. Gib mir deine Dokumente los. Ja, wir haben es mit einem Kasachen zu tun, ne? So, Maximalkilo. Zeig mal, ja. Aha. Zu viel Gewicht. Zu viel Gewicht. Bruder, hier ist sehr, sehr viel. Was ist da drin? Da ist Blut dran, oder? Alles durchsuchen. Das ist doch Kokain. Okay, da sind Kartoffeln drin. Verweigerts. Was? Nein. Was? Nein. Wer will rein? Ey. 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 Achso, der wollte nur umdrehen. Ey, Jungs, schaff den mal hier weg. Der hatte noch Päckchen Zigaretten. Ja, Jungs, lass das Auto mal. Ähm. Ähm. Der Nächste. Ey. Ey. Bleib stehen. Wie fahr ich die Karre? Ey. Ey. Er ist abgehauen. Fahrt die Karre. Ey. Mach doch mal was. Was? Ja, ja, ja. Der ist kriminell. Sag mal hier. Hast du irgendwas drin? Okay, der hat nichts. Genehmigt. Kannst gehen. Ja, ja. Der hat was dabei. Ich merke sowas. Ah, okay. Ein Ausländer also, hä? Aha. Verweigert. Weg mit dir. Sie im Rache will. Es ist noch nicht vorbei. Was? Verfiss dich, du Wichse. Und komm nie wieder hierher, du Wichser, Mann. Aus. Okay, seine Dokumente passen. Er ist clean. Er ist clean. Er ist clean. Er ist clean. Perfekte Fahrzeugkontrolle. Aha. Der hat zu 100% irgendwas stecken. Keine Übereinstimmung. Schon mal direkt der falsche Name. Ich kann das nicht. Abgelehnt. Weg. Verweigert. Oh nein. Ja, ja, ja. Weg mit dir, Mann. Verpiss dich und lass dich nie wieder blicken, du Wichser, Mann. Hau rein. Was heißt das? Was ist diese Schlange? Aha. Aha. Motorhaube. Ah, nie noch. Ach, wieder Kokain. Der Nächster. Alter, 48. Pass. Woher kenne ich den? Keine Übereinstimmung. Okay, 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 okay. Pass Nummer. Keine Übereinstimmung. Okay, 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 okay. Okay, jetzt wird's kritisch. Er kann auch eine Knarre dabei haben. Abgelehnt. Machst einen Fehler. Verpiss dich, Mann. Lass dich nie wieder blicken. Verpiss dich mit deinem weißen Asch, Mann. Pass Nummer. Passt. Alcool. Abgelehnt. Muss ich ihn einbuchten? Echt? Ey. Bleib stehen. Ey. 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 Oh mein Gott, Bro. Aha. Ey, ich brauch eine Knarre, bevor ich gehe. Zum Glück bin ich ein guter Fahrer. Was? Oh mein Gott. Einfach mit einer Axt. Was, du meiner Fucker, Mann? Die Schnauze. Gefangenen übergeben. Haben die den jetzt mitgenommen? Ist der schon weg? Keine Übereinstimmung. Dabei gerade. Raus. Okay, langsam hab ich's drauf. Machst einen Fehler. Raus hier, Mann. Möchte ich abkneiden, du Wichser. Raus, Mann. Raus. Raus. So, raus mit dir. Raus. Hä? Er macht einfach die Tür zu. Raus. Der erzählt, was zu verbergen. Maximalgewicht 2890 Kilo. Das ist das. Also, das ist ja wieder mal geisteskrank, ne? Abgelehnt. Guck mal, wie sauer ist. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Bleib stehen. Super Arbeit. Aha, warte mal. Was ist das denn? Warte, Hermano, noch was. Chicken, also, ne? Mit Ziegel. Ein bisschen Chicken. Ah. Das ist ja geisteskrank, ne? Also, wirklich, hier. Warte, noch Kokain, ne? Hey, Kühner. Ach, du Scheiße. Ist das geisteskrankt. Ich hab ihm zwei Schlüssel auf seinen Rücken gegeben. Das hat ihn nicht gejuckt, ne? So, wie bruchte ich ihn jetzt ein? Komm mal mit, Tommy. Gute Arbeit, Männer. Gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. Wohin damit? Mobile.de. Kann ich die Karre verkaufen? Falls euch die Episode gefallen hat, dann lasst ein Like und lasst ein Abo da. Danke euch fürs Einschalten. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.